Wenn du auch zu Hause feststeckst und dich zu Tode langweilst, dann haben wir eine kleine Ablenkung für dein Gehirn. Finde das versteckte F. Da ist es! Wie viele Fünfen kannst du in sieben Sekunden entdecken? Alle sechs Fünfen gefunden? Klasse! Welcher Buchstabe fehlt hier? F, O, G. Das sind die jeweils letzten Buchstaben der Wörter Schiff, Auto und Flugzeug. Es gibt fünf Freunde und die gehen alle ins Kino. Tom und Tim sind Zwillinge, aber sie können nicht nebeneinander sitzen, weil sie sich immer zanken. Max provoziert gern Sandra und Sarah, die beide auch nicht miteinander zurechtkommen. Max kann also nur neben den anderen Jungs sitzen. Es gibt fünf Sitze und du solltest eine möglichst zankfreie Sitzordnung finden. Wie setzt du die Freunde am besten hin? Sandra, Tim, Max, Tom und Sarah. Was fehlt hier? Eins, drei, fünf, zwei, vier. Dachtest du an die sechs? Sorry, aber die richtige Antwort ist R. Das ist das, was du auf schaltknüppelnden Autos siehst. Eins bis fünf sind die Gänge und R ist der Rückwärtsgang. Okay, was ist hiermit? M, D, M, H, F, S, S. Du hast wahrscheinlich schnell erraten, dass die Buchstaben die Wochentage repräsentieren. Da einige Wochentage wie Dienstag und Donnerstag mit dem jeweils gleichen Buchstaben anfangen, hat man den Tagen noch einen weiteren Buchstaben angefügt. So weiß ich auch, ob noch Samstag oder schon Sonntag ist und ich noch die Wohnung putzen muss. Wie kriegst du eine Giraffe in den Kühlschrank? Kühlschrank auf, Giraffe rein, Kühlschrank zu. Klassiker. Der Löwe hält eine Rede vor allen Tieren in seinem Tierreich. Alle von ihnen erscheinen auch, außer einem. Welches Tier ist hier nicht aufgetaucht? Na, die Giraffe, die hast du schließlich in den Kühlschrank getan. Mal schauen, ob du den Fehler in sieben Sekunden entdeckst. Eins gleich eins, zwei gleich zwei, drei gleich drei, vier gleich vier, fünf gleich fünf und sechs gleich sechs. Er ist da oben in der Fragestellung. Okay, wie wäre es mit noch einem Versuch? Finde den Fehler. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah, da ist er in der sechs. Finde den Buchstaben D in all den Bs. Oh, ein Meister der Tarnung. Welches Buchstabenpaket passt hier nicht rein? Die Antwort ist A-O-I-I, das einzige Paket mit Vokalen. Hey, du solltest in den Zoo. Du bist ein schlauer Fuchs.